Jo, Freunde! Und es wird Zeit für What Night Lego! Oh ja, wir machen da weiter. Und zwar werde ich diesmal was anderes craften. Diesmal kommt der nächste Punkt. Vorher haben wir den Edelsteinschneider gemacht. Und jetzt möchte ich den Metallschmelzofen erstellen. Und dafür brauche ich noch einige Sachen. Um ehrlich zu sein, habe ich fast alles gehabt. Wieso sch... Oh, da hinten. Schnachrad. Leiser. Wie gehen wir an das hin? Der schnacht so laut. Gehen wir da in die Häusen rein. Äh, ja. Da habe ich schon einige Sachen gehabt. Aber ich bin dann... Huch. Aber ich bin dann gestorben. Und ja. Äh, natürlich kann man jetzt sagen, geh wieder zurück zu die Mine und hol dir die Sachen. Aber das Problem ist, mir wird nur eine Mine angezeigt. Werden bei euch auch ein paar Mine nicht angezeigt, wenn ihr die entdeckt habt. Also ich habe da schon eine entdeckt. Besonders in der Wüste halt. Und die werden alle nicht angezeigt. Also nur die da. Und ich glaube, da war auch noch irgend hier und da. Und ja, also... Da waren einige Minen. Und äh... Wo ich auch natürlich auch gestorben bin. Da die Mine wird auch nicht angezeigt. Äh... So, ich mache mal mein Schwert. Damit ich gut gewappnet bin. Und... Ja. Dann... Dann hole ich wieder die Sachen. Äh... Vielleicht finde ich auch die Mine, äh... Wenn ich... Wenn ich aufnehme. Hoffentlich. Weil... Ich weiß nicht, wie lange die... Die Sachen bleiben. Aber ich glaube... Ich... Ich habe mich schon einmal ausgelockt. Sag mal so. Und ich glaube, das speichert sich nicht. Wenn ja, dann ist es echt gut. Äh... Wenn nicht, dann... Ja, dann... Dann sind die Sachen halt eben weg. Gut. Ich gehe mal... Ich gehe mal eine Mine suchen in der Wüste. Oh... Da haben wir eine Mine. Vielleicht ist es sogar die Mine, wo ich gestorben bin. Vielleicht sind noch die Sachen da. Das wäre nice. Aber... Ich glaube nicht. Nein, die Mine... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die... Die Sachen sind schon lange weg. Äh... Ja. Naja, kann nichts machen. Äh... Ja. Genau, es ist warm. Ich habe... Ups. Ich habe natürlich etwas mit. Und zwar einen schönen Niebären-Shake. Oh yeah. Denn der... Oh, nein. Nur einen trinken. Äh... Ja. Denn der hilft dagegen halt. Schön. So. Genau. Und jetzt holen wir wieder die Sachen, die ich wieder brauche. Ähm... Was hat der jetzt kaputt gemacht? Achso, Granit. Okay. Ja. Ja, gut so. Ähm... So. Genau. Holen wir uns so schön die... Die Rubine. Die Rubine werden... Äh... Bestimmt dann später wertvoll sein. So wie ich das sehe halt. Also wir nehmen einfach alles mit. Alles mit. Und die Rubine holen wir. Ja. Genau. Aber es ist ganz wichtig, es braucht Obsidian. Und die anderen Sachen habe ich eigentlich, glaube ich, genügend. Weil die habe ich eigentlich schon gelagert. Äh... Da oben ist noch ein Rubin. Ah, egal. Lass mal. So. Ähm... Genau. Ich brauche jetzt eigentlich nur Obsidian. Obsidian ist am wichtigsten. Und die anderen, da habe ich... Oh. Vorsicht. Vorsicht. Es gab ja immer noch explodieren. Die sind wie die Creepers. Äh... So. Was ist denn da drin? Oh. Chili-Samen nehme ich. Und den Sandsamen nehme ich auch. Äh... Schlürfpilz. Nehme ich auch. So. Ich habe nichts mehr. Okay. Äh... Soll ich da runter gehen? Oder soll ich da runter gehen? Wie komme ich da wieder hoch? Egal. Ich gehe mal runter. Und dann werde ich mich später ärgern, wie ich hochkomme. Okay. Gibt es ja gar nichts. Das ist nicht so nice. Ähm... Ja. Ja. Gut. Immerhin. Wir haben noch... Ähm... Was ist das nochmal? Da kann man solche Lampen machen und so. Genau. Bright. Core. Mhm. Genau. Obwohl von denen habe ich eigentlich eh genügend. Brauche ich noch welche da? Soll ich noch welche mitnehmen? Ja. Ich nehme noch welche mit. Ich weiß nie. Was die Leute für Lampen wollen und so, ne? Oder Lichterketten. Ne? Es kommt ja Weihnachten. Da brauchen wir einen Weihnachtsbaum. So einen Stirn. Einen Leuchtstirn. Ja. Nehmen wir alles mit. Genau. Obsidian. Obsidian. Warte mal. Ich glaube die Hülle kenne ich. Ich meine, da war ich schon mal drin. Ich war in vielen Hüllen drin, wo ich... Wo ich meinen Loot gesucht hab. Aber... Oh! Das Obsidian! Ja genau, das brauche ich. Ähm... War das ein Gegner? Skorpion. Geh weg, Skorpion. Geh weg. Geh weg. Husch. 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 Oh nein, da kommt noch einer. Okay, gut. Easy peasy. Oh nein, da kommt ein Dynamit-Typ. So ein Dynamit-Typ hat mich besiegt. Mhm. Ja. So einer Typ hat... So einer hat mich besiegt. Der hat einfach so einen Dynamit irgendwo hingeworfen. Und dann... Ja. Und dann hab ich so spät bemerkt, dass da ein Dynamit war. Ehrlich gesagt hab ich's überhaupt gar nicht gesehen, weil... Das war... Etwas... Hinter mir. Toll. Ähm... Moment, das will ich haben. Das will ich haben. Dann machen wir... So. So. Eine kleine Erhöhung. Dann kommen wir wieder da ran. Spawnen eigentlich die Erze nochmal neu? Oder sind sie dann für immer weg? Weil das... Hab ich mich immer gefragt. Aber ich glaube... Ich glaube, die kommen dann wieder, ne? Warte, ich mach das mal weg. Warte. Vielleicht mach mal... Nur mit der Hand. Genau. So. Ich hab jemanden mitgenommen. Den Muskelkater da. Das ist schon mal draufhauen. Jawohl. Muskelkater. Jetzt go. Ich glaube, er hat kein Schwert mehr. Ich hab mir ein Schwert gegeben, aber den hat der jetzt nicht gemacht. Den hat der jetzt nicht gemacht. Toll. Jetzt muss ich die ganze Sache machen. Naja, immerhin kann er ein bisschen Ablenkung sorgen. Ablenkung ist auch ganz gut. Vorhin hab ich dann nicht so viele Sanddinger gefunden, ne? Die Sandkrabben. Oder wie auch immer die heißen. Ähm. Und jetzt find ich sie haufenweise, ne? Haufenweise. Vorhin hab ich die ewig gesucht. Und jetzt find ich die... Eigentlich so gut wie immer. Das kennst du bestimmt, ne? Ganz viele Rubine. Wie viele Rubine hab ich eigentlich schon? Mhm. Naja, zwölf. Ja, steht die eigentlich neben dran. So, zwölf. Oh, 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 oh. Da haben wir Obsidian. Okay. Aber ich glaub, ich hab nicht genügend Holz. Ne? Ne, ich hab... Ne. Das... Ich... Oh. Ich will die haben. Ah, wie mach ich das jetzt am besten? Okay, Leute. Passt auf. Wir machen das jetzt. Wir machen da jetzt mal... Ah! Sind... Oh, nein. Ich hab hier nicht geliebt. Ich hab hier nicht geliebt. Hilfe, 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 Hilfe. Moment, stopp, 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 stopp. Okay. So. Jetzt mach ich da eine Treppe hin. Und dann komm ich da ein bisschen so rüber. Wenn ich dann... Ähm... Dann mach ich da so den Boden noch hin. Hier. Mhm. Sehr schön. Ja. Wie ein Profi. Jawohl. Jawohl. So. Und dann können wir da was... Dann können wir da sicher abbauen. Sehr schön. Genau. Alles läuft nach Plan. So. Jetzt haben wir schon 21. Ja, das... Ja, sehr gut. Da haben wir es easy. Jawohl. Das nehm ich auch mit. Ich werd das bestimmt brauchen. Bestimmt. So. Hab ich das? Es ist da unten. Egal. Kann ich später aufheben. Solange es umgeht, ist es gut. Dann kann ich es noch aufheben. So, jawohl. Es ist warm. Ist es warm? Oh. Dann nehm ich wieder einen... Einen Schmick. Let's go. Lecker schmecker. Lecker. Okay. So. Warte. Wie... Wo bin ich da jetzt? Aha. Mhm. Gibt es hier irgendwo einen Ausgang? Irgendwo? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich muss raus hier. Ich muss raus hier, Leute. Ich muss laufen. 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 Ah. Okay. Da hoch. Da hoch. Oh nein. Das sind so viele Skelette. Wieso sind so viele Skelette? Oh nein. Nein, die haben alle Dynamit. Oh Mann. Die sind gefährlich. Stell dir raus hier. Wir haben genügend. Wir haben genügend. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wie viel... Was? Alter. Die gehen hier ab. Also Dynamit wäre auch nicht schlecht. Das stimmt. Weil da kann man auch ganz gut abbauen. Also falls die Dynamit hat, dann Dynamit auch nutzen. Kann man auch effektiv abbauen. Und ja, warte. Wo bin ich nochmal hergekommen? Ich glaube hier. Oh, guck mal. Hier ist auch Obsidian. Ah, das könnte ich noch mitnehmen. Jawoll. Oh, das sind Gegner. Okay, wir gehen jetzt wieder. Wir gehen jetzt wieder. Wir gehen jetzt wieder. Ah, da geht's raus. Nice. Oh, guck mal. Das ist auch eine Mine. Warte mal. Vielleicht bin ich da gestorben. Müssen wir mal reingucken. Huch, was ist das da? Was ist das für eine Mine? Nee, die ist es nicht. Warte mal. Oder vielleicht doch. Warte mal. Hier ist ein bisschen was abgebaut, oder? Hier ist ja nichts. Nee, das ist... Doch, hier sind meine Sachen. Hier bin ich gestorben, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, toll, Leute. Das hätte ich nicht loot müssen. Weil ich habe keinen Platz mehr. Ah, ich meine Sachen gefunden. Oh mein Gott. Das ist nice. Oha. Oha. Oha, Leute. Ich habe sie wieder. Oh ja. Wie haben wir denn die Sachen? Und wir sind sicher zu Hause. Also, dafür ist auf jeden Fall ein Like wert. Würde ich sagen. Und ja. Jetzt machen wir schön... Ähm... Ah nein. Nicht das da. Nein, nein, nein. Abbruch, 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 Abbruch. Wir machen das da. Obsidian-Tafel. So. Genau, weil da brauche ich einiges. So, Leute. Okay. Jetzt können wir einen Metallschmelzofen machen. Oh ja. Den machen wir, aber nicht hier. Den machen wir da drüben. Beim schicken Häusern da. So. Warte, wo ist ich platzieren? Ich kann den hier platzieren, aber ich glaube, den platziere ich da hin. Genau da hin. Da hin. Hier hin. Oh ja. Oh. Genau da hin. Oh, Leute. Da ist er. Metallschmelzofen. Ist er nicht schick? Guckst du ihn doch an? Die ist doch mega schick. Krass, oder? Okay. So, und hier kann man, ah, hier kann man Kupferbahn machen. Und da brauchen wir auch Brightscore. Oh Gott, da brauchen wir ganz viele. Okay, deshalb bekommen wir so viele. Alles Chlor. Okay. Verstehe. Ja, Leute. Gut. Dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Video hier. Es wird jetzt nicht mehr so viel passieren. Ich werde jetzt mal ein paar Kupferbahnen schmelzen. Also ein paar Kupfer-Sorten. Und, ähm, ja. Damit ich noch krasser werde mit dem coolen Stuff. Oh ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen, oder? Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.